Hallo, ich bin Lotti aus dem Amazonas-Regenwald. Weil meine Heimat abgebrannt ist, bin ich zu euch geflüchtet. Leider brennt der Amazonas immer noch, und zwar so schlimm wie seit 13 Jahren nicht. Doch gemeinsam können wir etwas dagegen tun. Wir müssen das EU-Mercosur-Handelsabkommen stoppen, das noch zusätzlich Öl ins Feuer gießen wird. Einige Länder haben sich bereits kritisch zu diesem Deal geäußert. Doch der deutsche Wirtschaftsminister interessiert sich scheinbar nur für Profit. Peter Altmaier, warum wollen Sie die Artenvielfalt im Amazonas gegen klimaschädliche Autos und Pestizide tauschen? Bitte hilf mir und unterzeichne jetzt die Petition gegen das EU-Mercosur-Handelsabkommen.